Na, habt ihr mich vermisst? Erstmal gebt euch mal diesen Ausblick da vorne. Wie geil, oder? Ja, sweet and salty. Back in action vom Urlaub. Ganz kurzes Video. Weil es gibt was kleines zum Essen hier. Und zwar zugleich, dann gehen wir alle. Ach ja, tut mir leid, es ist ein bisschen dunkel. Moment mal. So, besser, glaube ich. So, Zublaki. Nicht aus Schwein, sondern Rind. Also Kalb, Kalb. Entschuldigung. Ich probiere gleich mal. So wird serviert. Ein Stückchen Zitrone. Okay. Viele Sachen, was hat denn da noch? Noch eins. Das ist aber, ähm, Schweinefleisch. Probier das auch mal. Mmmh. Schön weich. Juicy. Kommt auch mit so einem Leimstückchen. Kann man oben drauf gießen. Und natürlich Brot. Sehr nice. So. Was haben wir schon? So. Was haben wir schon? Oh. Gebt euch das mal hier. Mit Bacon und Käse und ein bisschen Soße. Überzogen. Ich hab jetzt keine, keine Gabel leider. Aber, schau mal hier. Mmmh. Mega. Klar. Die sind ein bisschen fettig. Mmmh. Aber, die schmecken geil. Wie gesagt, ich bin im Urlaub gerade. Ich können mir jetzt hier so ein, was schnelles, was einfaches. Wie gesagt, so Lucky Kalb. Gibt euch mal, wie weich das ist und wie lecker. Ja. Ich zeig euch mal hier ein bisschen. Geil, oder? Mmmh. Sehr, sehr weich. Hier ist es üblich in Griechenland. Das machen wir so. Ein bisschen Zitrone drauf. Mmmh. Ein bisschen Brot dazu. So geht's. Und natürlich was zum Trinken. Das ist ein griechisches Bier. Mamos heißt es. Wird im Süden Griechenlands produziert. In Patras. Heißt die Stadt. Patras. Oder Patras. Ein ganz gutes Bier eigentlich. Prost. So. Ich wollte so nur ein kurzes Video machen. von meinem Voller. Und ich schließe das Video mit diesem einzigartigen Blick. Dann sage ich Tschüss. Schaut mal. Mega, oder? Also. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.